A3, KM1, zwischen 1,000 km und 2 km Stamm A6, KM1, zwischen 3,000 km und 2 km Stamm A7, KM1, zwischen 1,000 km und 1,000 km und 2 km Stamm A7, KM1, zwischen 1,000 km und 2 km Stamm A7, KM1, zwischen 1,000 km und 2 km Stamm A6, KM1, zwischen 1,000 km und 1,000 km und 3 km Stamm Damit gehen wir wieder mit dem Grundplatz. Wir gehen bis jetzt endlich los mit der Suche nach einem E-Mail-Tradar für auf Luftradio aktiv nach Ruhl an die Atomkram-Initiativen in Hegenfeld, an dem vergreift das Allende, doch der Standort vorliebend im Weltland durchgesetzt werden soll. Gestern ist Bundesumweltministerin Barbara Hendricks auf ihre Bedenken eingegangen. Gleich, während wir uns sprechen, wir haben noch drei von der Initiative auf Luftradioffahrt. Wir reden darüber, wie es jetzt zweitens geht. Außerdem hat die Frage an den Bergen, der hat als Grund, weil ich ein Verlangen für mich in die Ende des Tages des Gegenwales immer mal zu lassen und die Frage, was über Gruffaktionen für die Sicherheit von Kunden zu bringen. Ein Verbraucher, den sagen wir Ihnen nur, ich habe ihn berufen, darf den Experten nicht umfragen, dass die Bekannten nicht umfragen. Die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks für eine weitere Erkundung von Vorliebe nicht mehr mit juristischen Durchsicht und Hendricks bestätigte gestern, dass eine klaggebende Aufrufung des Rahmenbedingungsplans und Vorliefer auf ihre Anwalt zurückgezogen wurde. Der Rahmenbedingungsplan war für die juristische Grundlage dafür, dass die Ministerin auf die Umwelten zugeht. Die Frage an Jochen Stein, den Sprecher der Anti-Akronenkraft-Initiative, hat ausgefragt. Sie ist auch so, dass die Ministerin auf die Umwelten zugeht? Und der Straf die Möglichkeit an,